Mittagessen, Abendessen, als ein Snack. Mautaschen ist immer in meinem Kühlschrank drin. Man macht die Packung auf, man tut es in den Topf rein. Bisschen mehr Wasser als die Mautaschen, die schwimmen ein bisschen in den Topf drin. Dann fängt man es an zu kochen, acht, zehn Minuten. Nee, nee, bevor, muss Tomatensoße rein. In das Wasser kommt die Tomatensoße rein. Ja, die Tomatensoße ins Wasser rein. Nach acht Minuten tut man es runter, ziehen lassen, Vegetar rein, nimmt man das Maggi. Maggi ist ganz wichtig. Das macht es von Level, es ist schon fast auf zehn. Ich sage von neun auf zehn wird Maggi. Das ist 100% mein perfektes Mew. Das kann ich jede Zeit essen. Jetzt habt ihr auch eine perfekte Mautaschen-Recipe. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Vielen Dank. Das war eine richtig detailed Mautaschen-Description für die most basic Mew.